hmmm, kann wieder zu, äh, kann wieder zu wow, das ist ja wahnsinn da ist noch ein Schopf, ach, was ist denn? ok, kann ich nicht öffnen so, wo ist denn jetzt diese Jihar? die brauchen wir, damit die beiden Bruder sich aufhören zu streiten und endlich wieder Frieden herrscht hmmm, ich, ich, wir wissen, was passiert, wenn man das öffnet ist denn hier Untergang, alles kaputt, alles ruiniert wir haben verloren, das Spiel kann nicht, äh, also kann schon durchgespielt werden, aber nicht, ähm, so wie es, äh, sein sollte, dass, dass es gut endet, ein Happy End was passiert, wenn ich das öffne ich mach eine Backup-Datei, wenn, dann, dann mach ich's da mal wir sehen ja, ok, ähm, hier ist nichts mehr, war nur, also weiter zurück nee, das ist, äh, nicht interessant dann geh ich mal, nochmal, hier rechts gucken, war aber da war, glaub ich, mal nichts äh, ich guck mal kurz rein hier kann man nicht runter, war nee hm, na gut hier ist auch nichts, also dann wieder zurück die muss ich, glaub ich, mal wieder nach ganz oben, war guck ich mal, was da ist na, ganz oben ja, da unten waren wir auch noch nicht wie kommen wir denn da hin da ist ne Treppe aber da kommen wir ja generell nicht rüber, auf diese Seite geht ja irgendwie nicht so hm kommt man da rüber ja, hallo ja hast du dir die Türen hier auf, was soll'n das ist das Streit, oder was oha hier ist jetzt auch Strom, weil es heißt, das kann man auch benutzen aber bei so, also, äh oh man ich geh mal weiter nochmal zurück kann ja sein, dass irgendwas hier ist wieder was Neues, irgendwie weiter zurück weiter zurück, kann ich da raus hier ist jetzt auch irgendwas an hier das war vorher nicht so bis hier vorm Fernglas, oder Teleskop, Teleskop so, gehört ich weiß nicht, ich geh mal raus ja, hier ist nichts denke ich mal mal gucken nein, hier ist nichts ich kann auch kein Vakuum rufen, oder so, weil, dass ich hier komm herbei, ich möchte fahren wo werde ich da wo ankommen, wenn ich jetzt in der Richtung zurückfahre hm was machte du denn dieses Zeichen? ja, ich geht nicht manu na gut wieder rein ist ja auch nichts Neues, war eigentlich so, nicht wirklich sieht ja irgendwie auch interessant aus, aber da kann ich nichts machen na, dann geh ich mal zum Teleskop Teleskop das Ding ist jetzt auch repariert äh das ist ja wieder ganz ist ja wieder ganz sieht aber geil aus kann ich da jetzt irgendwas machen? muss ich da was machen? oh, da muss ich bestimmt was machen ich, äh, fass so ne Geräte nicht an, ohne dass ich nicht weiß, was ich da machen muss was ist denn das? ähm ja, da war ja nur das hier, ist ja nichts interessantes was ist denn so ich klick da einfach mal ah, das sind Kameras von diesen, äh, Gegenden hier Kameras von diesen Häusern, das hier ist, äh das hier ist im Schlafzimmer da ja, wo dieser Fahrstuhl hier im Kamin ist das hier ist, äh, irgendwo anders und das ist draußen äh 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 ich riskiere kein weiteres Eindringen hier aber Kameras, mein Schatz ich fühle mich so beobachtet ich setze sie nur an die wichtigsten Zugangspunkte sie werden dich nicht stören versprochen boah wie geil wie geil kann ich hier irgendwas machen aber wenn ich so okay, das ist im Schlafzimmer, das ist irgendwo draußen mal gucken, das ist, ach so, am Fahrstuhl draußen das ist der Fahrstuhl äh, Karls Fahrstuhl diese, äh, diese Bahn da, diese Gleitsbahn, diese Achterbahn da äh und das hier ist, ähm irgendwo, ähm na, das sagt mir jetzt nicht so viel kein Plan Kameras um sie zu schützen, vor wem ach du heilige die sind überall rollen, das ganze Dach bewegt sich boah ich möchte jetzt rein darf ich das denn auch ich kann uns bewegen ich kann uns bewegen oh geil so was kann ich denn machen was ist denn was, wenn ich jetzt hier drücke ähm passiert so gar nichts kann ich hier irgendwas machen irgendwie nicht so ich sehe irgendwie was, was ich vielleicht über sehe ja ich sehe irgendwie was, was ich vielleicht über sehe hm hm also hier ist nicht so aus ich kann den Knopf drücken, aber da passiert irgendwie nichts so hm man ich will hier was machen hm ja, geht nicht hm ich müsste ja auch erstmal irgendwie hochfahren den den also mit dem Stuhl ja sogar hochfahren aber denke ich mal ich gucke mal die Karte dahinter an vielleicht sagt man das ja irgendwas was ja ja Stuhl da es sagt mir jetzt irgendwie gar nichts was ist ähm ja hm vielleicht aber auch später erst mal, dass man hier jetzt noch nichts machen kann weil irgendwie ist hier nicht so viel los hm 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 hier ist irgendwie gar nichts obwohl Strom drauf ist es müsste ja Strom drauf sein Vielleicht muss ich auch bei diesen anderen Generatorer hinten erst irgendwas machen, dass ich hier was machen kann, aber dann gucke ich mal, was das hier so sein soll. Verstehst du nicht, Katharina? Mit dem neuen System brauchen wir nicht mehr nach Ryan. Wir können von hier aus die Welten unserer Söhne sehen. Aha. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, also... Hier passiert auch nichts. Gar nichts. Das kann ich machen, das kann ich machen, aber... Mehr ist ja auch nicht. Ja gut, da kann ich auch wohl nichts machen. Jaaaa... So sieht das aus. Dann denke ich mal, ich muss wieder zurück und dann im anderen... äh... zu anderem Gefängnisfeld rein war. Weil wenn ich jetzt hier nichts machen kann, was... Es ist... Es wird auch nicht so was los hier. Wir sind gerade alleine. Keiner zum reden da und irgendwie ist hier gar nichts. Also ich kann nur ein Gefängnisfeld oder was? Wie hieß die? Ich weiß gar nicht mehr. War ich jetzt richtig? Ja. Ja, ich fahr richtig. So, dann sind wir wieder hier. Wo ich schon mal hier bin, kann ich ja gleich mal gucken. Da irgendwie ein Weg ist, wo ich da rüber kann. Ich will da rüber. Muss doch irgendwie da rüber können. Jetzt jubeln. edr. Wärmeer. Es ist derart. Anfnung. Bars. 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 Bars.